Ich weiß, dass du dich mit Leuten getroffen hast, um was auf den Weg zu bringen. Du lässt die Finger davon. Ich versuche auf dich aufzupassen. Du brauchst es nicht. Das ist unser Job. Das ist alles für mich. Du und deine perfekte Familie. Ihr habt sie auf dem Gewäss. Du musst mir was versprechen. Der Schutz dieser Familie kommt zuerst. Wenn wir das nicht mehr können, hören wir auf. Ohne Fragen zu stellen. Das war's. Es ist vorbei. Wir sind raus. Das Zeug existiert doch so oder so. Der einzige Unterschied ist, wer damit Kohle verdient. Vor ein paar Tagen sind zwei Jungs verschwunden. Wir haben Zeugen, Hinweise. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Gewehr. Ich schmeiße nicht hin, nur weil du Schiss hast. Als Holzhacker kannst du deine Mädels nicht aufs College schicken. Mach die Augen auf! Die Bullen stehen vor unserer Tür. Ich bringe diese Familie nicht noch mehr in Gefahr. Ich bring's wieder in Ordnung. Ich krieg das wieder hin! Wir stecken da alle mit drin.